ja da oben ist der letzte fenster okay das heißt also ich muss wieder rauf es hat die frage wie komme ich dahin mein tor weiß hatte das muss doch das muss ja jetzt auch irgendwie gehen so wo ist das ding genau auf der anderen seite ja warum warum kompliziert wird so einfach geht so soja ich würde sagen ich glaube ich glaube auch aber zur vorsicht nehme ich jetzt eine knarre oder ich bleibe bei pfeil und bogen habe mir ja bis jetzt immer treue dienste erwiesen deswegen kann ich mir jetzt darauf verlassen so nach den scheiß den geht immer noch näher hoch ist ja egal sind salabim auch gut dass er mich nicht gesehen hatte ist er jetzt da oder nicht nöde was ein bisschen leiser vorgehen leise leise wo ist denn der du dukst dich also irgendwo hier ist der aber wo wo ist der da hinten stecken wir uns erst mal macht er denn da was machst du da bleibst du da stehen oder ne du kommst zurück ok das heißt wir verstecken uns jetzt erstmal hier naja hier ist nix so den haben wir da noch mehr so sind da noch mehr sind da noch mehr sind da noch mehr was scheiße mist scheiße der hat mich gesehen verdammt Scheiße, kommt der jetzt nicht. Ach, Kacke. Boah, ich hab mich fast erschossen, ey. Typ. So, erstmal wieder ein bisschen heilen. Und dann geht's auch schon weiter. Position, die kann man natürlich immer gebrauchen. Mal gucken, was hier im Spind drin ist. Immer schön Bergungsgut mit ihm, ja. So, jetzt ist die Frage. Wo ist dieses verdammte Grab? Na, ich geh hier lieber langsam lang. Und ich glaub, ich hab das Grab gefunden. Okay, hier ist es. Jo. Nur zur Sicherheit. Ne? Hm, ich glaub, das ist kein gutes Zeichen, wenn ich hier Munition kriege. Gucken wir jetzt erstmal noch ein bisschen weiter hier oben. Und eine kleine Süße-Sequenz. Ich würd's nicht nehmen. Diese Figuren, Krieger, sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Zeppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? So, jetzt lasst mich auch bitte hier raus, ne? Scheiße, ich muss sofort hier raus. Ja, wie wär's nochmal, wenn wir hier hochgehen? Ach, ich bin doch so ein alter Analog-Gekastheniker, ey. Ach, lass doch diese Weihnachtskerzen zu Hause, ey. Mensch. Scheiße. Scheiße. Woah. Ich wusste, dass es hier gleich voll abgeht. Ach, der stirbt eigentlich, Mann, du Bastard. Alter, sind die fetten gut gepanzert, ey. Ich weiß, ich hab doch noch keine Muni mehr. Ja. Alter. So, ich muss hier raus. Kein Sinn mehr. Oh, Mann. Ja, was soll ich denn machen, ey? Ich bin 20 zu 1 in der Unterzahl. Mit null Deckung. Mal wieder. Ja. 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 Alter, ey. Wie stellt ihr euch das vor? Ja. Ja. Ich hab die Granaten noch. Jo. Ja, ey. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, ey. Okay. Okay. Ja. Ja. Ich hab keine Chance. Ganz vergessen. Ich muss was anders machen. Ich muss den erst wegballern Hier, friss das, du Penner Jo, tot